Die Industry Fusion Foundation lädt zum Gipfeltreffen im Bereich Industrie 4.0. Vor mehr als zehn Jahren hat die damalige Bundesregierung zusammen mit Wirtschaftsverbänden die Plattform Industrie 4.0 ins Leben gerufen, um eine herstellerübergreifende Vernetzung zu realisieren. Das Konzept hat weltweit hohe Wellen geschlagen. Der Begriff Industrie 4.0 ist zu einem Synonym für Digitalisierung in der Produktion geworden. Doch vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen blieb die Umsetzung viel zu häufig aus. Diesem Problem nimmt sich die Industry Fusion Foundation an. Ein Zusammenschluss von Mittelständlern arbeitet seit 2020 an einer standardisierten und herstellerübergreifenden Open-Source-Vernetzungslösung. Damit sollen Fabrikbetreiber, Maschinen- und Anlagenbauer sowie Anbieter digitaler Services auf einer Plattform zusammenkommen können. Die Lösung legt besonderen Wert auf einfache Implementierung, um Unternehmen jeder Größe die intelligente Digitalisierung von Fertigung und Produkten zu ermöglichen. Und das ist auch ein Grund, warum die Industry Fusion Foundation den Open-Source-Summit 2024 ausrichtet. Im Zentrum des Programms steht die offizielle Präsentation der neuesten Release der Industry Fusion Open-Source-Vernetzungslösung Industry Fusion X mit integriertem Intel-Prozess Data Twin. Und das im ebenfalls neuen Industry Fusion Demo Lab im bayerischen Bad Würshofen. Auch Maschinenhersteller, Softwareentwickler und Banking-Partner präsentieren auf dem Summit ihre neuen Geschäftsmodelle. Unterstützt wird das Event unter anderem von starken IT-Partnern wie Intel, SUSE, IONOS und Dell. Und ebenso starken Partnern aus Wissenschaft und Forschung. Der Summit findet am 16. Mai in Bad Würshofen statt. Weitere Infos findet ihr in der Infobox. Untertitelung des ZDF für funk, 2017